Hallöche Leute, willkommen bei Pandido Gaming und zurück zu Rodeo's Stampede. Also, ich ignoriere jetzt die Boss-Mission vom letzten Part. Es gibt mir sowas von auf die Nerven, das lasse ich jetzt erstmal sein. Wir machen weiter mit den normalen Missionen und die sind immer noch weiterhin 40 Büschen in einem Durchgang und 15, 40 Meter Sprünge in einem Durchgang. Los geht's also mit den Büschen. Immer noch. Echt, das ist ja Wahnsinn, wie lange ich diese Mission schon mache. Oder versuche zu machen. 40 Büsche, irgendwas ist an sich nicht schwierig, wisst ihr. Da kommt schon wieder ein Fallwehr und springt mir ins Gesicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Diese blöde Boss-Mission, ey, das hat mich vielleicht aufgeregt, Leute. Ihr habt ihr vielleicht zugesehen. Oh Mann! Ich glaub, ich muss erstmal, wie es aussieht, mit kleiner Roadies den Beat-Pause machen. Ich bin irgendwie mal aufkonzentriert. Ich bin mal schlechter. Okay, das war auf jeden Fall ein paar gute Geschäfte hier. 12 haben wir schon, nice. 12 von 40 Leute. Bum, bum, bum. Sehr gut. Und Absprung. Was ist denn das? Was ist denn das? Wieso waren wir denn das? Oh, guck, ich mein Elefanten dann, Leute. Ist das Elefanten? Nur ein Skelett. Ist das cool oder was? Ah, das ist cool. Danke. Okay. So. 40 Bücher nach wie vor. 13 haben wir. Komm jetzt. Ich hab ein gutes Gefühl. Ich glaub, das klappt jetzt. Zack, Zack. Wir springen um. Komm ab. Blöder Pfeilbär, ey. Die hab ich gefressen, Mann. Das ist ein letzten Part, ne. Das ist... Ihr habt ja vielleicht gesehen, wie die mir ins Gesicht gesprungen sind. Das war so krank. Das war so krank. Ohne Witz. 28 Büsche, Leute. 29. Komm, das sieht ganz gut aus. Wir könnten es schaffen. Oh, zu Gott. Oh, okay. Alles gut, alles gut. Hau ab, Bär. 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 Oh, ich bin ja noch zwei Büsche drüber. Sorry, dass man mich schon glaubt. Oh, es tut mir leid. Ich rege mich irgendwann auf. Und nochmal Büsche. Mein Gott, wie stelle ich mich den hier an? Sag mal. Trotzig Büsche, das ist doch eigentlich gut machbar, wa? Das ist gut machbar, finde ich. Okay. Wie wir haben wir denn jetzt? Zehn. Äh, zwölf. Äh, das ist mal nix. 13, nee, zwölf. Achso, die habe ich eigentlich nicht bekommen den einen, okay. Neun, zwölf, also. Böp, nein, böp, böp, böp. Zack, zack. Zack, ich nehme nur mit. Da ist einer. Böp, 19. Okay, müssen unsatteln. Wir hatten aber wiederum. Das klinge, was nicht gut für Büsche, weil das springt. Zack, hier haben wir ein. Wir hatten mal um, wir hatten noch mal um und noch mal. Ich bin auf dem Schaf. Komm, gib mir ein Busch, hier ist was. Zack, 23. Hier, 25. Und ich brauche trinken, Wasser noch, sonst verbrenne ich. Da ist eins. Uh, das war eng, Leute, das war richtig eng. Komm schon, ich, da war ein neues Tier auf dem Baum. Ich hab's gesehen, bin nicht erwischt. Okay, ich brenne. Wolle nicht, brenne und ich bin gelöscht. Perfekt. Okay, komm schon, ich brauch einen Busch. Wo sind alle Büsche? Wo sind denn die Büsche? Da ist einer, ich bekomme. Hier ist ein Schaf, das ist gut. Wie kann man am besten auf den Busch zielen? Hier kommen keine Büsche mehr, hier hinten. Hier ist einer, wow. 28, 29. Schau, ich meine, wie wenig Büsche hier hinten kommen. Oh, und das war's. Oh Gott, Leute, okay. Es geht gleich weiter, ich hole euch in einer Sekunde dazu. So, sorry, bin wieder da. Also, wir haben so etwas bekommen, guck dir das an. Ein Hut, nur ein Hut für unsere Kollegen hier. Das war hübsch, aber wir haben was Cooleres, und zwar diese Rüstung, habt ihr eben gesehen. Diesmal deutlich cooler, würde ich sagen. Und, äh, das kann nicht sein, Freunde, dass wir diese blöden Büsche hier nicht schaffen. Glaubt man das? Ich werde die schaffen, Leute. Ohne Witz, ich spiele das so lange, bis ich die blöden Büsche schaffe. So schwer ist das nicht. Bling, 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 zack, 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 zwölf, dreizehn, man muss wirklich ausdauernd sein, Leute. Das muss man sagen, man muss ausdauernd sein. Man muss hier auch ein bisschen Glück haben, hier zum Beispiel, dass so ein, vielleicht mal ein paar mehr auf einmal kommen. Absprung. Oh, ich hab drei. Okay, ich hab zwei erwischt, aber hey. Davon spreche ich. Einfach ein bisschen Glück haben. Komm, mehr gleich hier am Anfang. Ob es so schwer wird, spring mal um. Zack, zack, piste immer gut. Zack, oh. Ah, okay, ach ja, mein Schaf kann andere Schafe wegschieben, ne? Das ist gut, das ist sehr gut. Das macht es deutlich einfacher, jetzt wo ich das weiß, sehr gut. Kommt diese blöde Bär runter, Junge, nicht hin, Bär. Krieg ich nen Hals. Ganz ehrlich. Okay, wir hüpfen, ich würde echt gerne umsteigen. Und zwar hier auf das Schaf, zack. 27. Okay. 29. Känguru ist nicht gut. Äh, Kamele ist besser. Was ist das? Was ist das? Das ist dieser Bombard von Leuten? Von Leuten? Nein. Okay, das war der Bombard. Kein neues Tier für uns. Mist. Aber okay, die Mission steht ja noch. Immer noch Büsche, obwohl hier kein einziger blöder Buschrad kommt. Also hier hinten, ne, wenn das... Oh my God. Hier hinten, wenn die Welt rot wird, wenn man weiterkommt, also je weiter man kommt, meine ich, je weniger Büsche kommen. Das heißt, ganz ehrlich, man muss wirklich ein bisschen Glück haben, wie ich hier... Dass mal gleich ein paar mehr... Dass mal gleich ein paar mehr Büsche auf einmal kommen, sonst wird es immer schwerer. Bam, bam, bam. Oh ja, das ist gut. Das ist ein bisschen gut aus jetzt. Zack, hier noch. Oh, der hat 14, 15. Seht ihr das? Einfach ein bisschen Glück gehabt. Zack, haben wir schon 15 Büsche. Nach 400 Metern. So will ich das sehen. Zack. Buh. Strauß. Böp. Okay, jetzt keine Faxen machen hier. Das sieht ganz gut aus. Zack. 24 haben wir schon. Böp, böp, böp. Okay. 29. Oh Gott, wenn ich diese Busch-Mission geschafft habe, ich glaub's nicht. Oh Gott, das war richtig eng, das war nicht im Glück. Du glaubst. Nein! Oh no! Leute, was ist los? Ich hab's nicht. Nicht verzweifeln. Nicht verzweifeln. Immer schön Wäsche sammeln. Oh man, ey. Böp, böp. 1, 2, 3, 4, 5. Zack, geh stopp. Wuhu, Leute. Wir springen mal um, wollte ich sagen. Zack, 1, 2, neust du scharf. Für uns. So, 1000 Meter. In 1000 Metern wird es langsam auch mit den Büschen. Das heißt, es wird ab jetzt schon echt schwer. Schaut mal, hier kommt schon mal wie gar kein Busch. Nicht ein Busch hier auf dem ganzen Weg. Bitte, bitte, das ist kein Busch. Da ist einer. Hier, zack. Zack. Auch ab. Das ist Gengiruna vor. Busch, Busch. Oh Gott, ey. Also ich wusste nicht, weil mich eine Mission das letzte Mal so fertig gemacht hat. Ich hoffe, ihr seid noch da, Leute. Ich hoffe, es ist euch nicht zu anstrengend oder langweilig. Ich versuche es euch unterhaltsam zu gestalten. Obwohl ich so, man muss es echt mal sagen, so abkacke. Sorry, aber das kann man kaum anders bezeichnen als ein Abkack. Ein guter alter Abkack. Okay. Hier haben wir 23, haben wir schon. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ich hab gar nicht drauf geachtet, oder? Zack. Zack. Ah, Feuer, okay. Fallbeer. Böp, böp. Und wir hoppeln. Ich tausche mal ein neues, frisches Schaf. Zack. 26. Jetzt wird schon echt merklich weniger. 27. Wuh. Und wir brennen. Leute, ich brauch ein Wasserloch. Und zwar schleunigst. Da ist eins. Zack. Busch. Oh, nein. Busch. So ist es rot. Jetzt wird es wieder knackig hier. Jetzt kommen wieder sehr wenig Bücher. Jetzt wird es knackig. Ich muss mich löschen. Zack. Okay, Freunde. Ich lass es erst mal gut sein. Leider die blöde Busch-Mission nicht geschafft. Ich glaub es nicht. Aber ich hab ja trotzdem Spaß, Freunde. Wenn ihm so ist, lass mir noch einen Daumen nach. Schreibt mir einen Kommentar. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Oder spielt es damit sich nur das Beste. Macht's gut. Und ciao.